ja monate klitsch tv hat nur ein klitsch für euch und heute zeige ich euch den heftigsten outfit klitsch der bei der frau existieren wird und zwar könnt ihr bei diesem outfit klitsch die nippel der frau sehen das ist richtig krass und die founder dieses klitsches bin ich klitsch tv und mein kumpel monate als allererstes müsst ihr in einen beliebigen sachenladen gehen und dann auf overalls gehen und euch den roten kurzärmlichen overall anziehen habt ihr das dann gemacht braucht ihr einen kumpel der sich im secure surf angemeldet hat hatte das dann getan muss seine outfits nur noch auf playboy einstellen und wenn er das dann gemacht hat dann muss er euch einladen hat euch schon eingeladen muss er sofort die outfits wieder auf normal stellen und hatte die dann auf normal gestellt muss er die outfits wieder einmal nach links und einmal nach rechts bewegen dann muss euer kumpel komplett aus dem interaktionsmenü raus gehen und ihr öffnet euer interaktionsmenü und geht auf stil auf accessoires und geht runter zu den handschuhen und bewegt die handschuhe einmal nach rechts jetzt muss euer kumpel wieder in das interaktionsmenü gehen und den stil zweimal nach links bewegen und zweimal nach rechts hatte das dann gemacht geht er wieder in euer interaktionsmenü und tut die handschuhe einmal nach rechts bewegen habt ihr das gemacht seht ihr schon dass ihr die tippen von der frau sehen könnt ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr dann lasst ein like da so bin ich wirklich freuen dass wenn wir bei diesem glitch 40 likes schaffen würden schaut auf jeden fall noch mal bei mondmann vorbei der ist unten in der video beschreibung verlinkt haut rein ciao